Die Mafia So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zur Zeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihn nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Pauly kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir da ran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich. Aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Guten Abend, Vincenzo. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem da mit einer von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Hey, T-T-T-Tam. Hey, T-T-Tam. Hey, T-T-Tam. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Abend, Chef. Machen wir uns auf. Gut. Wo geht's denn hin? So, du knackst also jeden Safe im Land, was? Fast jeden, Chef. Und wie hast du das gelernt? Mein Opa war im Geschäft, ist sozusagen Vererbung. Die Safes werden immer besser, also muss man stets in Übung bleiben. Manche von diesen modernen Safes sind kaum zu knacken. Okay, da wären wir. Okay. 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 Kriegst du's auf, Salvatore? Wird's versuchen, Chef. Alles klar, Chef. Secondly, drei, sch filtered out. Gut. Pff. Bye.